Du hast dich eingedreht, um das Spiel richtig sehen zu können. Ja, ich muss mit dem Gesäß erstmal die richtige Sitzposition finden. Ist das gemütlich? Ja? Dann lehne ich mal zurück. Ich mache jetzt einfach mal die Art an Gesundheit aus, wo zeige ich, das ist ein HD-Spiel. Ein HD-Spiel? Also ein Spiel in HD? Aha, Hüftdysplasie, dachte ich. Es geht um ein kleines Schweinchen, möchte man sagen. Ist das ein Schwein? Und damit bin ich nicht ich gemeint. Es ist ein krankes Schwein. Gesunde Schweine sind normalerweise grün. Und wenn die krank sind, hast du schon mal ein Schwein mit Schnupfen gesehen? Die werden grün. Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Schwein mit Schnupfen gesehen. Ich tippe mal zu starten und dann zeige ich euch mal, wie das ganze Spiel... Okay. Spielen, Punkte, Awards, Extras, weitere Apps wollen wir jetzt gerade nicht. Wir wollen einfach spielen. Ich wollte das mal vorlesen. Wir gehen jetzt einmal wieder zurück auf Level 1. Auch wenn wir es schon gespielt haben. Nee, bei Level 1, ich probiere es besser zu machen. Weil wir haben nur zwei Sternfrüchte. Und man muss bei diesem Spiel Sternfrüchte sammeln. Das ist allerdings nur so ein Bonus-Ding. Um die Level durchzuspielen, braucht man keine Sternfrüchte. Warum man jetzt Sternfrüchte sammelt bei einem Spiel, wo es um Niesen geht, habe ich nicht so ganz verstanden. Aber es ist einfach schön angehalten. Das ist ein Kinderspielchen. Das ist ein Kinderspielchen. Das heißt, man muss jetzt nicht richtig ziehen oder so. Man kann einfach aufs Bildschirm draufgehen und dann geht der dahin, wo ich hin will. Okay. Und man sieht, dann gehen diese Blöcke da runter. Okay. Aber wenn er jetzt runter geht, dann gehen die Blöcke hoch? Nee, doch nicht. Nee, nee. Okay, die bleiben unten. Der muss sich auch nicht beeilen. Das ist ja gar nicht so kompliziert. Überhaupt nicht. Das ist ja für Kinder. So. Ich muss schon husten. Ja, du bist vielleicht... Gesundheit, Emmy. Oh je. Darf ich weiterspielen? Mach mal bitte. Gesundheit. Ich gehe erst mal hier und drück mal hier auf den Kopf. Mensch. Nee, Emmy, mach weiter. Halt mal fest. Ich gehe mal ganz kurz und hole mir meine Hustenbombol. Ja, hole dir eine Hustenbombol. Ich werde in der Zwischenzeit auf deinem iPad ein bisschen spielen. Werde die denn weggenommen? Was ich jetzt mache, ist, dass ich die Sternfrüchte sammle. Ich gebe jetzt noch fertig. Du musst einmal dran ziehen, sodass er auf diesen runden Block da in der Mitte... Ziehen? Achso, ja, genau. Ich gehe erst mal, ich suche mir erst mal eine Position aus. Und dann probiere ich diesen Kameraden jetzt mal hier. So. Ich ziehe und dann spuckt der da hin. Warte mal, ich muss ein bisschen zurückgehen. Und jetzt einfach nochmal zurückziehen. Und da kann man vielleicht die kleine Linie erkennen. Und da spuckt der dann hin. Ich lasse los. Ja, aber so kürzt der nicht. Warte, warte. Er will das nämlich essen. Muss in diesen komischen Kreis reinschnießen. Ja, ich probiere ja. Warte, ich muss mich, glaube ich, erst mal hier so ein bisschen... Also da ist die Sternfrüchte erst mal. Ich schreibe doch nicht für Kinder. Ha! Oh! Mann, ich habe den abgelenkt. Die Munches finde ich eigentlich ganz gut. Guck mal, jetzt haben wir nämlich von ehemals zwei Sternfrüchte, dann haben wir drei Sternfrüchte. Und Emi, drei Sternfrüchte ist einem mehr als zwei. Besser. Besser auf jeden Fall. Gehen wir in die zweite Level. Und da sind wir auch wieder. Ein kleines Rätsel, was wir hier lösen müssen. Was macht der denn hier? Wenn ich da drauf drücke, ja, das ist das Spielen. Das kriegt man beigebracht, indem man so kleine Tutorials hier macht. Ich gehe erst mal hier an den Rand des Beckens. Bitte nicht vom Beckenrand springen, allerdings nicht vom Beckenrand spucken gehen. Und die, du Schweinchen, also nicht du. Dann kann ich wieder reden. So. Sehr schön. Jetzt hab ich, guck mal, da oben ist die Sternfrüchte. Ich mache es komplett, Emi. Tut mir leid. Ich finde es wirklich süß gemacht. Ganz ehrlich gesagt. Ich höre gar nicht. Guck mal, da ist auch eine Sternfrüchte versteckt. Siehst du, das hinter dem Baum. Das hätte ich vorher gar nicht gesehen. So, darf ich aber bitte einmal niesen. Ne, ich will. Ja, hier. Du hast mich gar nicht... Ja, mach doch. Warum schießt ihr denn da hin? Achso, damit er in die Falle kommt. Ja, genau. Achso. Juhu. Ich wollte, ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte da drauf schrucken. Da hätten wir uns vorher absprechen müssen. Cool. Ja. Das war die zweite Lektion, die wir gelernt haben. Gesundheit heißt das Ganze. Ich mache das eigentlich ganz gerne. Ja, ich finde das auch... Es ist ein süßes Spiel. Es kostet 1,82 Euro und kann man sich auf dem iPad zum Laden. Kinder sicher? Ja, ist das so. Kann man das Kindern geben? Ja. Ja, also es ist safe for work. Man sollte trotzdem dabei sein, während sie spielen, denn man kann in-App-Käufe kaufen und wenn man die Kinder nicht dabei beobachtet, könnte es sein, dass das Konto voll wird. Genau. Kann es nicht ganz, Emi. Kann es nicht ganz, Emi.